Das ist unser Zelt, der Spalte. Jetzt laufst du. Dann hat er sich aber vorhin. Ja. Ich hab meine Brille jetzt mal auf. Ich seh das, was rot ist. Das ist mir sehen. Kleine, glaube ich. Aufgeladen, oder? Ja. 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 Jetzt kann jemand vom Boden weg. Ich hab die Arbeit. Genau. Man muss die Berge gern haben. Ist es so noch mal zu können? Ja. Zur Not kann man das auch auf See machen. Ja, kann man. Ich hab's schon gemacht. Ich hab's schon probiert. Meinaubucht ist ganz schön im Fall. Wart ihr da schon? Wo? Ja, da kann man, wenn man da antwortet. Das ist ja ohne. Das ist ja. Das ist ja. Das ist ja hier rausrutscht. Das ist jetzt ein neues Problem. Ja, kleine Städte. Ja. Wo einfach auf jeden am Abend. Ich hab's schon mal in der Stadt. Ja. Martin, war mir da. Ja. Rainer Hainhof. Ja. Rainer Hainhof. Martin, war mir da. Rainer Hainhof. Ja. 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 Das ist ja wahnsinnig. Es passt ganz genau auf die Grundfläche, wie das Zelt auf die Grundfläche passt. Es geht einfach nur um Windschutz. Es ist wichtig, dass ich wieder diese Pumpe habe für die gleiche Arbeit. Hier muss ich jetzt noch Anschluss holen. Hier ist die Demonstration, dass man es auf dem Wasser machen kann. Und da ist jetzt Platz für zwei Personen. Das war aber sicher. 1,40 auf 1,85. Und guck mal, exakt geht es auf. Mit Wanden, mit Mast. Es gibt ein Zelt richtig vorn. Und hier vorne ist dann noch Platz für das ganze Gepäck. Besegelung und so weiter. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020